Trotz einer neuen Suchtaktik ist der sechsjährige alte Arjan aus Elm in Bremerwörde in Deutschland auch in der fünften Nacht vermisst geblieben. Leider hat uns die Nacht nicht weitergebracht, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Es habe keine neuen Spuren gegeben, die Suche nach dem Buben gehe auch am Samstag mit geballter Arbeitskraft weiter. Mit einer sogenannten Leisen-Strategie suchten rund 200 Soldaten der Bundeswehr in kleinen Gruppen und mit Nachtsichtgeräten in der Nacht zum Samstag nach dem Kind. Eine Polizeisprecherin hatte am Freitagabend erklärt, die neue Taktik sei unter anderem auch mit einer Expertin für Autismus besprochen worden. Nach Angaben der Polizei ist Arjan Autist und reagiert nicht auf Ansprachen. Zuvor wurde unter anderem Musik gespielt und Feuerwerk abgebrannt, da der Bub dies möge. Die Polizei hoffte damit, eine Spur zu dem Sechsjährigen aus dem nördlichen Niedersachsen zu bekommen, der seit Montagabend vermisst wird. Am Samstag soll nun weiter entlang des Flusses Oste jedoch auch erneut rund um Elm gesucht werden. An manchen Orten müsse mehrfach nachgeschaut werden, sagte der Sprecher. Es ist durchaus möglich, dass sich der Junge auch hin und her bewegt. Was gestern negativ war, kann heute positiv sein. Gleichzeitig ziehe sich die Suche bereits weit in den angrenzenden Landkreis Stade. Weniger Kräfte bei der Suche einzusetzen oder diese nach mehreren Tagen einzustellen, ist laut Polizei weiterhin keine Option. Auf gar keinen Fall, betonte die Polizeisprecherin. Laut der Sprecherin haben zahlreiche Passanten und Anreiner Hilfe bei der Suche des Bubens angeboten. Die Polizei richtete eine Telefonnummer für Hinweise oder Hilfsangebote ein. Arjan hatte sein Elternhaus am Montagabend alleine verlassen. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmen seit Tagen die Gegend rund um den Heimatort des Sechsjährigen. Angesichts der niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage ist die Suche zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden. Eine Überwachungskamera hat den Buben dabei gefilmt, wie er nach dem Verschwinden aus seinem Zuhause in Richtung eines angrenzenden Waldes lief. Die Bundeswehr stockte am Freitag ihre Unterstützung auf insgesamt rund 450 Soldaten auf. Am Freitag konzentrierte sich der Einsatz auf die Gegend nordwestlich von Elm. Die Suche dort lief auch entlang des Flusses Oste. Groß ist die Sorge, dass der Bub ins Wasser gefallen sein könnte. Zudem waren die Retter abermals in dem Ortsteil unterwegs. Scheunen und Garagen wurden durchsucht. Die Gemeinde hatte außerdem die für Freitag geplante Müllabfuhr abgesagt. Unterdessen stockte die Bundeswehr ihre Unterstützung auf. Die Bundeswehr hatte sich schon in den vergangenen Tagen an der Suche beteiligt. Etwa mit einem Tornado-Flugzeug, das Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera erstellte. Auch Drohnen und ein Hubschrauber waren in der Luft. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020